Cristiano Cervini, Altitano, Rumpenweg zum Hinder bis 2. Doris Hügelis, Dremahunde, Zweiterin im Waffengraden, Rumpenweg zum Hinder bis 3. Mit einem Opsikostolid, Doris Hügelis. Rumpenweg zum Hinder bis 1. Der war die Sitzplatzierte nach der Ressour, Viktoria Göslein aus Österreich. Im Hinder bis 2 unterwegs, Cristiano Cervini, Dremahunde, Rumpenweg zum Hinder bis 1. Im Hinder bis 5 erwarten wir Erich Förstinger. Im Hinder bis 6 warten wir auf die Zeit von Martin Stadler. Und im Hinder bis 7 sehen wir das nächste. Franz Schlechter. Hau! 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 Seine, hexade bianer und Rasul. Off. Opaige auch das 1.